so hallo lieben sein schmeier dating coach partherapeut psychologe und 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 vieles mehr was ich immer alles kann man gar nicht alles aufzählen und genau es geht heute mal um was anderes und zwar der liebeschiff also das beutelschema umgang mit beziehungen bei zwillingen also das ist ein thema wo ich auch mal aufgerufen hatte was ich persönlich super spannend finde bis wir im ersten mal so aufgefallen in sondern dating show weil da zwei eineige zwillinge waren und die eine war heterosexuell die andere war offensichtlich lesbisch oder bisexuell und ja fand ich erst mal spannend bei einigen zwillingen und bei einigen zwillingen haben natürlich immer dieses thema einerseits haben wir so die gleiche genpool offensichtlich und eine gleiche erziehungsumgebung und trotzdem haben wir aber halt bei geschwistern also wollte ich auch noch mal wieder machen geschwister sind ja so fucking wichtig für für den liebeschiff und alles dass das wahnsinn ist wahnsinn es gibt zur forschung dass das wichtiger ist als die eltern das ist total krass und bei geschwistern natürlich andererseits so eine gegen kraft weil geschwister wollen sich halt immer gern abgrenzen also sozusagen als wenn immer nur eine position in der familie frei wäre und wenn die schon besetzt ist dann muss man irgendwie was anderes machen so ungefähr deswegen finde ich das spannend und da haben wir eine mail vielen dank noch mal an die beiden dafür von luise und charlotte ja zwei zwillinge die sind anfang 30 und ja ich lese den text mal vor und ich kann also das jetzt ein text wo ich auch eher zusätzliche fragen stelle manchmal ist ja auch viel wert so die richtigen fragen zu stellen weil ich jetzt ja auch bis jetzt nicht so eine normale beziehungsgeschichte und ja aber vielleicht spannend für euch hallo christian wir sind zwillinge ich nenne uns mal luise meine schwester und charlotte ich die schreiberin wir sind anfang 30 wir möchten hier von unserem liebeschiff in unserem leben als zwillinge mit einer schwierigen familiengeschichte erzählen unsere vorgeschichte unsere eltern haben sich extrem viel gestritten unsere mutter ist eine schwierige person sie manipuliert viel und überschreitet oft grenzen als kind hat sie uns häufig entweder mit liebe überschützt oder kalt verletzend behandelt ja könnte man jetzt denken dass ihr beide so ein thema dann habt mit partern ihr vielleicht heiß und kalt sind wobei sie es heute in schwächerer form immer noch macht als kind wurde einer von uns häufig unserer mutter benutzt um den anderen wehzutun nicht so nett es gab immer einen guten oder einen bösen zwilling in den augen unserer mutter ich war meistens ich der leute war meistens der böse zwilling ja das ist ja auch wird ja auch manchmal gesprochen so so in schwierigen familien das ein kind immer aufs podest gehoben wird goldenscheid sagt man glaube ich manchmal und 1 immer ja oder dass man halt komplett abgelehnt wird und ja also wie gesagt deine mutter hat schon ihre eigenen psychischen probleme aber offensichtlich gehört dazu dass sie so spalten muss vielleicht hat sie selber ein thema dass sie negative und positive mutterintrojekte wie man es natürlich mit psychologie nennt dass sie die nicht kombiniert nicht zusammenbringen kann was da so eine entwicklungsaufgabe ist dass man die gute und die böse mutter integrieren kann ich habe sie das nicht hingekriegt und muss jetzt weiter spalten also die erste frage die liebe die sie kommunizierte war meistens mit der bedingung verknüpft dass wir machen was sie will und wir zeigen wie sehr sie lieb haben was natürlich sehr ja jetzt nicht sagen narzisstisch weil keine ahnung ich kenne sie nicht aber hast du eine gewisse egozentrik sagen wir mal so also keine ahnung weiß ja nicht wie eure mutter jetzt wirklich ist und aber hat eine gewisse ja es ego liebe ist keine unbedingt liebe es ego liebe außerdem mussten wir immer ihrer meinung sein und widersprechen sonst wurde sie sehr wütend was auch ego 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 wir beide lernten dass wir kaum eine beziehung mitgestalten können um geliebt zu werden müssen wir gefallen und dürfen nicht für unsere rechte einstehen muss man die auch mal sagen wenn ich überhaupt nur das wort dass es sich benutze jeder von uns zeigt ab und an narzisstische verhaltensweisen das heißt überhaupt nicht wenigsten fällen wird man dafür sogar diagnose und ja ich sowieso auch wenn ich darüber rede ich kann nie jemand über die ferne einschätzen ist nicht mein job kann ja nur fragen stellen und eins und allgemeine einschätzungen zu bindungsthemen und genau darum geht es ja so außerdem wussten wir oft immer eher die erfahrung machen dass die person bei der man sich eigentlich am sichersten fühlt uns oft beleidigt hat auch wieder ego ich werde in zukunft mal mehr machen über das ego warum ist das ego werde ich euch mal erklären in zukunft geht auf mein neues buch drüber und wir oft das gefühl hatten wertlos und überflüssig zu sein weil ich meistens für mama der böse zwilling war begann ich wohl früher zu rebellieren mir tat es immer unendlich weh wenn meine mutter mich wieder ignoriert und beschimpfte aber diese situation war mir sehr bekannt ich hatte auf den ersten blick das schwere losgezogen aber konnte so früher ausbrechen ja man weiß immer nie wer es schwerer hatte ich kann man glaube ich erst in einem wachsen alter sagen und merkte bewusst dass etwas falsch läuft ich begann mich früh zu reflektieren und in therapie zu gehen und an meinen problemen zu arbeiten wobei den ganzen therapien oft der glaubenssatz ich bin falsch ein treibender faktor war meine schwester luise die meistens als kind die rolle des guten zwillings hat in unserer mutter als alles recht gemacht hat sie war als kind unserer mutter gegenüber noch über angepasster als ich sie wurde unserer mutter viel gelobt und war meistens der kleiner sonnenschein vermutlich weil sie versuchte unserer mutter alles recht zu machen gefühle wie wut und trauer hat sie meistens runter gestückt um keine probleme zu machen ja also das könnte gut wie das glaube ich hier auch ist dazu führen dass deine schwester noch schwerer hatte weil sie ja ihre echten gefühle noch viel weniger ausdrücken konnte als du ne zwar switchen wie gesagt unsere rollen regelmäßig aber die eben beschriebene rollen verteilung war meistens vorhanden zudem trank sie viel alkohol und war selbst mit sich selber beschäftigt unser vater ist eine stabile und loyale person hat sich jedoch oft aus dem manipulativen verhalten und chaos herausgehalten und war passiv ja manchmal ist auch nicht tun nichts tun nicht so gut ne hättet ihr euch vielleicht gewünscht dass er auf den tisch schaut oder da mal irgendwie eingreift als kind haben wir uns von ihm geliebt gefühlt auch ohne bedingungen ja der wird sicherlich sein eigenes thema haben dass er das mitgemacht hat unsere eltern haben uns den glaubenssatz dass eine zu starke bescheidenheit ganz wichtig ist beigebracht man sei arrogant man viel von männern erwarte und auch den glaubenssatz dass das leben hart sein muss ja das haben wir auch viele ist natürlich auch sicherlich in deutschland viel kriegsbedingt auch wenn deine eltern jetzt sicherlich nicht im krieg waren aber die generation davor ja so nächster absatz liebe schiff von mia charlotte ich die schreiberin dieser mail und in der kindheit schwierige zwilling ich bekam die dynamik unserer kindheit später von teilweise sehr toxischen partnern vor die füße geschmissen ich habe schon früh begonnen zu daten wenn ich auch merkte es passt nicht ich wollte aber nicht alleine sein und dachte auch immer dass ich eh niemand finde der besser zu mir passt im erwachsenen alter wurde mein dating sehr schwierig ich zog ein paar jahre den einen extrem minus wohl nach dem anderen an also das wäre so möchte das interessiert diese aufteilung die co-abhängigkeit typ 1 2 3 das in meinem modul 4 das wäre jetzt typ 1 liebessüchtig diese grausamen erlebnis da raubten mir einmal eine energie ich war völlig am boden und dachte irgendwas stimmt mit mir nicht und ich sei kein liebenswerter mensch in der zeit wurde ich oft betrogen und die beziehung immer schnell von dem anderen beendet ich rannte immer hinterher ich hatte große probleme einen partner zu finden beziehungsweise beschäftige ich mich zu viel mit männern die bindungsangst nach zwei wochen schon auf der stirn geschrieben hatten das positive war dass mich diese schlimme zeit zu dir brachte ich fand heraus meine themen waren die tief innere überzeugung ich genüge nicht ich verdiene es nicht gut behandelt zu werden und so weiter früher hat mich der satz es gibt immer einen der schlecht behandelt und einen der sich schlecht behandeln lässt sauer gemacht weil es unempathisch weil es unempathisch dem opfer gegenüber sei doch heute verstehe ich den satz besser hoffe ich doch ja beide haben ihre themen also unempathisch hin oder her beide haben ihre themen und ja also trotzdem stimmt der satz natürlich aber es stimmt wiederum in einer anderen beziehung vielleicht nicht da können die rollen durchaus gewechselt werden ich habe mich schlecht behandeln lassen ich dachte mal ich sei schuld wenn mich menschen schlecht behandeln ich müsste mich mehr anstrengen ja das ist typisch koop hängiger so ne als wäre jeder mensch wie ein gott der über mich richten darf was das ist ganz schöne aussage die glaube ich total dieses koop hängige lebensgefühl trifft so dass man immer anderen menschen diese macht gibt ne ich hatte immer gehofft die weniger erwartung ich habe desto höher wäre die hoffnung viel zu bekommen auch das sind typisch koop hängiger satz der kaum weniger stimmen könnte wie wir alle wissen auch war ich teilweise sehr eifersüchtig konnte schwierig vertrauen heute ist es dank deiner heute ist es dank sehr viel arbeit besser geworden so richtig ich habe heute ein sicheres selbstwertgefühl und kann dank deinen kursen und anderen übungen besser grenzen setzen auch meine automatischen gedanken haben sich langfristig verbessert und ich denke mittlerweile automatisch wenn mich jemand grundlos schlecht behandelt ist da sein ist das sein thema sehr gut distanziere mich weise von menschen die meine grenzen nicht respektieren ohne eine große ego aktion rauszumachen super es gibt noch ein paar offene themen aber jetzt die eine gelassen hat ein echtes selbstwertgefühl entwickelt ich habe heute eine gesunde beziehung ohne verlust und bindungsangst gehe ich auf den balkon und klatsche sehr gut sehr 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 gut stolz auf dich echt ohne scheiß richtig gut muss man erstmal erreichen seltsamerweise treffe ich eher im beruflichen und freundschaftlichen bereich schwierige menschen seitdem es mir viel besser geht zudem empfinden mich heute andere menschen öfter als dominant was objektiv nicht der fall ist habe mir feedback von dritten geholt und fühlen sich von mir getriggert ja also wenn sich menschen von ihr getriggert fühlen ist das ja erstmal ja erstmal deren thema und da kann man gucken ist es auch ein thema von mir sagst du es ist kein thema von mir und ja das leben hört nie auf wenn man die eine aufgabe bewältigt dann kommen andere aufgaben aber schaffst du schon und ja scheiß drauf wenn andere ich dominant finden also vielleicht sind das leute die ich von früher kennen als co-abhängig jetzt bist du einfach normal und dann bist du in deren augen war dominant durch drauf sch punkt 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 es kommt mir fast so als würde ich derzeit mein früheres ich im freundschaftlichen beruflichen bereich treffen das erleben viele auf dem liebeschiff weg dass die menschen daten wo sie sagen würden ich war früher genauso und dann verstehen warum das teilweise so ein abfuck ist also super wichtiger weg auf dem schritt ich definiere also stufen ich glaube das ist also die vierte stufe von fünf und so findest du meinem umsonst artikel zum buchartikel auf meiner website da gibt es auch so ein paar skalen und videos so und so weiter noch fällt es mir schwer mich emotional davon zu distanzieren ist das meine neue challenge ja würde ich sagen was würdest du in dieser situation empfehlen um an dem punkt weiter zu entwickeln nice geiles leben abhaken das wurde das leben was vor die füße wirft also weiter an den grenzen arbeiten hat es im bootcamp jetzt am wochenenden auch noch mal so gesagt kühl reagiert also mehr kühle kühl reagieren wenn dich jemand ankackt ich sag mal sei wie ein ninja ne eiskalt natürlich immer eingespielfliche sauber halten aber dann eiskalt sagen hey sorry not my business hier ist die grenze und dann weiter deinen weg einfach weitergehen gucken dass nette leute in dein leben kommen nice geiles leben beziehung genießen fokus auf das positive ne vielleicht könnte auch modul x also dieser liebe chip pro kurs was für dich sein vielleicht auch noch mal wohlfühl stellen schon noch ein bisschen mehr ins wohlfühlen zu kommen oder manifestation stellen das könnte was für dich sein so luise liebe chip luise hat eine beziehung nach der nächsten dort verhält sie sich sehr über angepasst möchte extrem gefallen und braucht viel aufmerksamkeit okay sie hat nie gelernt sich selbst gedanken zu machen was sie möchte weshalb sie sehr sich an ihre partner anpasst und selbst komplett verliert zum beispiel nimmt sie hobbys vom partner anstatt selbst zu überlegen was sie in ihrer freizeit machen möchte das könnte man ja denken auch luise wäre wie charlotte hoffe ich habe diesen namen jetzt nicht verwechselt im vorwege also wer eben nicht co-abhängig ist aber trotzdem hat sie ein anderes bindungsmuster wie wir gleich sehen werden sie hört nicht auf ihre eigenen wünsche macht nach einiger zeit die andere person dafür verantwortlich dass sie sich so sehr nach ihrem partner gerichtet hat also ich habe bei der luise das gefühl also während charlotte jetzt am anfang glaube ich wäre so was ich mal nenne modus 1 also diese verschiedenen modi findest du übrigens in meinem modul 4 3 modi der co-abhängigkeit das klassische liebessüchtige hat ist luise jetzt glaube ich hat diesen wechsel von verlustangst und bindungsangst und ist dann wenn sie so eher so im minuspol ist dann eher was da häufig ist beim minuspol eher in einer wut und nicht so in einer trauer und könnte sein dass charlotte eher dazu neigt halt auf sich selber wütend zu sein wenn es ihr nicht gut geht also als als vielleicht aus ihrer also was jetzt vielleicht nicht mehr macht aber aus ihrer kindheit problematisches muster während luise vielleicht dann auch mal den partner auf den würdend ist und ja vielleicht dann auch als der wechselhaft rüberkommt könnte mir vorstellen in paar momenten geht sie ins andere extrem und erwartet von ihrem gegenüber sich total ihr anzupassen das ist was ich meine weshalb es oft streit gibt vermutlich liegt es daran dass sie keinen richtigen maßstab hat wie viel anpassung normales die hat durch unsere mutter gelernt ist komplette selbstlosigkeit gleich liebe werben außerdem ist sie so wie ich eifersüchtig und kontrolliert viel ja hat natürlich auch viele co-abhängige anteile aber ich hab jetzt hier den eindruck dass es sehr wechselt und weiß nicht ob ihr auch die gleiche eifersucht hat es gibt also verschiedene arten eifersucht das wäre auch eine frage gibt er so eine ohnmächtige eifersucht und eher so eine mächtige kontrollierende auch in anderen lebensbereichen als die probleme damit die kontrolle abzugeben und den menschen vertrauen zu schenken das kann daran liegen dass ihr vertrauen von der mutter oft verletzt wurde sowieso geht es immer davon aus dass hier der mensch die verlassen wird ja das sollte sie natürlich daran arbeiten so nach ein paar jahren beziehung erkühlen die gefühle von luise und sie trennt sich ohne eine trauerphase zu sich leben hört sich auch eher minus bullig an also das finde ich spannend dass jeder so unterschiedlich sein deswegen es hat mich auch so interessiert vielen dank für eure ehrlichkeit und auch wenn ihr kommentiert kommentiert bitte respektvoll und unterstützend für die beiden hier ja stattdessen stürzte sie in die nächste beziehung vermutlich denkt sie dass die gefühle der einsamkeit nicht aushalten kann bei ihren ex partner ist kein richtiges schema zu erkennen einer war sehr koabhängig einer war sehr eifersüchtig und hatte sich viel emotional manipuliert ja ich glaube dass die luise so ein typ ist die mit zwei typen männern match entweder mit sehr koabhängigen oder mit sehr ich mal sagen mächtigen im sinne so von toxischer männlichkeit da auch eine frage das gibt es auch viel den typ bindungs muster der letzte zeigte mit der zeit ein bindungsängstiges verhalten zurzeit befindet sich in einer beziehung die gut läuft schön sie hat nie probleme ein mann kennenzulernen der fest mit ihr zusammen sein möchte er hat zu diesem muster was die luise hat gehört doch häufig auch dass man was durchaus fähigkeit ist gut flirten kann ja gut ja was manchmal also vielleicht kann dass die charlotte genauso gut war jetzt nicht aber manchmal ist man einem so als wenn man so ein koabhängiger muster ist schwer fällt glaube ich mir vorstellen dass die luise das gut kann ja durch ihre noch stärkere anpassung ist die therapie ich erkenntnisweg verzögerte als meiner derzeit ist sie in einer phase wo sie viel reflektiert und viele wutgefühle hat diese phase kommt mir auch sehr bekannt vor er trotzdem ist die frage hast du mehr charlotte mehr mit einem traurigen inneren schatten kind zu tun so im sinne von chevy stahl oder und hat die luise vielleicht eher mit einem wütenden inneren kind zu tun was häufig mehr leute die so auf minuspol sind die haben wirklich auch sehr stark mit dem wütenden inneren kind zu tun auch eine frage sehr spannend wie unterschiedlich das ist wir beide lieben uns sehr also gemeinsame beziehung kommt hier noch wir beide lieben uns sehr und haben ein sehr enges verhältnis das ist doch wunderbar es gibt also geschwister die zusammenhalten sind was wunderbares wir schreiten zwar öfter was auf unsere unsicherheiten zurückzuführen ist jedoch können wir uns beieinander entschuldigen und reflektiert über probleme sprechen also das ist immer schon so viel wert was ich entschuldigen kann das können ja so krassen minuspol überhaupt nicht großartig wir sind sehr dankbar dass wir trotz des wahlens unserer mutter in der kindheit kein schlechtes verhältnis haben und nicht im konkurrent stehen großartig ja und ich glaube da habe das gefühl da kann sich auch noch viel auflösen bei euch vielleicht findet ihr auch noch mal auf eine gute ebene und eurer mutter das leben ist ja lang würde mich freuen für euch und ja danke für eure mail vielleicht sehen wir uns alle auf der libysche party im 25 erneuter und wir werden es bald wiedersehen